Als erste Frau kommentierte Claudia Neumann am Samstagabend das Champions-League-Finale live im ZDF. Schon im Vorhinein gab es einigen Diskussionsbedarf darüber und vor allem auch danach gab es aufgrund der Kommentatorenleistung sowohl Beleidigungen als auch ganz klar mehrheitlich Kritik im Netz an der Person Claudia Neumann. In diesem Video möchte ich das Ganze einfach mal sachlich einordnen und auf die fragwürdige Gegenargumentation des ZDF eingehen. Wenn man zunächst einmal die Leistung während des Champions-League-Finals beurteilt, so ist vieles wie ihre Stimme und ihre monotone Art zu kommentieren natürlich nur eine subjektive Wahrnehmung, die mich persönlich schon nicht anspricht, was aber kein Problem wäre, sofern sie die nötige Fachkenntnis für die Sportart mitbringen würde. Damit meine ich jetzt nicht einmal, dass sie die taktische Ausrichtung Cities erklären soll mit der Raute statt dem Boxmittelfeld oder das asymmetrische Pressing-Schema von Inter. Dafür ist der Co-Kommentator, in dem Fall Permertes Agatha. Dennoch sollte ein Kommentator schon über ein Grundmaß an Fachwissen verfügen, wodurch man bei einem klaren Foul vom Verteidiger nicht von einem Stürmerfoul sprechen sollte oder halt eben Spielernamen vermehrt und jedes Mal unterschiedlich falsch ausspricht bzw. ihnen andere Vornamen erfindet. Grüße an Grealish gegen Dumfries und Kylo Walker. Kylo Walker. Dennis Walker. Entschuldigung. Das alles kann man natürlich als einfache Fehler und Missgeschicke abstempeln, wobei dies auch schon eine hohe Anzahl an unbewussten Versprechern wäre, wobei mein Eindruck und ich glaube der von vielen anderen auch einfach ist, dass sie sich halt kaum mit dem Spitzenfußball beschäftigt und die Spieler neben den Haarlands und Gosens wirklich nicht kennt und erst bei der Spielvorbereitung kennenlernt. Dabei verlange ich nicht, dass sie wie ich beispielsweise jeden Bankspieler von Inter wie einen Bellanova schon vor der Vorbereitung kennt, aber wenn man sich halt, wovon ich ausgehe, abgesehen von der Champions League nicht mit den Vereinen beschäftigt, so wundert es mich nicht, dass man plötzlich mit falschen Spielernamen um die Ecke kommt. Geschweige denn der Aussprache mancher Namen, was ich persönlich aber als nicht allzu großen Kritikpunkt erachte. Weiteres Beispiel wäre, dass sie bei der kuriosen Wechselsituation sagt, dass Walker schon auf dem Feld war, nur dass Gräfe als Schiedsrichterexperte fünf Minuten später sagt, dass er das Feld eben noch nicht betreten hat, also entweder hat sie gelogen oder Walker einfach mit einem anderen Spieler verwechselt. Okay, man muss sagen, das war vielleicht eine schwierige Situation zum Kommentieren, da Pep den Wechsel nochmal zurückgenommen hat. Dennoch war es nicht die einzige Verwechslung, da ihrem Kommentar nach der Inter-Trainer Inzaghi auch wollte, dass der Schiri abpfeift, während seine Mannschaft in der letzten Minute mit einem Torunterschied hinten lag. Letzte Aktion. Inzaghi wollte, dass abgefiffen wird. Neumann mag vielleicht andere Sportarten kommentieren können, das kann ich nicht beurteilen, aber der Fußball ist so detailreich und da sollte man sich schon bis in die Spitzen damit beschäftigen, da das Interesse daran eben einfach riesig ist und es die Bedürfnisse des durchschnittlichen Zuschauers halt nicht befriedigt, wenn der Kommentator so wirkt, als hätte er die Spielernamen vor dem Spiel das erste Mal gehört und mal kurz auswendig gelernt. Zumindest mehr oder weniger. Das also soweit meine klar formulierte Kritik an ihr, die weder etwas mit Sexismus noch mit Frauenhass oder sonst was zu tun hat. Genau so haben es 99% der Leute geäußert, nämlich eine klar belegte Kritik, die nichts mit dem Geschlecht der Person in der Kommentatorenrolle zu tun hat. Genauso passiert ist dies eben auch schon früher mit einem Bellaretti als Kommentator, der ebenfalls für Fehler kritisiert wurde beim Kommentieren, wobei die Kritik auch von allen als Kritik angesehen wurde. Nun passiert genau das gleiche mit Claudia Neumann, aber die Kritik wird direkt mit Frauenhass gleichgesetzt, wie es von ZDF-Seite sogar am Folgetag in Form eines Kommentars geteilt wurde. Demnach wäre jegliche Kritik an ihrer Leistung mit Frauenhass verbunden und würde nur damit einhergehen, dass sie eine Frau ist und deshalb nicht im Männerfußball akzeptiert werde, was halt größtenteils völliger Quatsch ist. Klar gibt es vielleicht 1% hängen gebliebene Leute, die sie schon vorverurteilen und nur Männer in dem Business akzeptieren und ihr somit gar keine wirkliche Chance geben. Aber genau das ist hier nicht der Fall und in dem Artikel ist weder von normaler Kritik noch von Eingeständnissen von Fehlern die Rede. Es wird so dargestellt, als wäre jeder Kommentar im Netz gegen sie purer Hass gegen sie als Frau und nicht Kritik gegen ihre Person bzw. ihre Leistung als Kommentatorin. Und wer in der Zeit auf Twitter unterwegs war, hat genau gesehen, dass dies definitiv nicht der Fall war und die meisten eben sie persönlich kritisiert haben und sogar häufig selbst betont haben, dass das Geschlecht dabei eben keine Rolle spielt. Dabei war die Kritik und der Aufschrei natürlich auch größer, wie man es jetzt je gewohnt war, von einem männlichen Kommentator, was aber nicht daran liegt, dass Männer grundsätzlich besser kommentieren können, sondern vielmehr daran, dass Neumann eben viel mehr Fehler gemacht hat als je jemand zuvor und das als die erste Frau als Kommentatorin eines so großen Spiels. Das liegt aber natürlich nicht an ihrem Geschlecht, sondern an der falschen Auslegung der Frauenquote seitens des ZDF. Denn eigentlich sollte eine Frauenquote ja bedeuten, dass Frauen mit derselben Qualität in dieselben Jobs wie Männer kommen und mit demselben Gehalt rausgehen. Und nicht, dass Frauen in ein Amt gehoben werden, für das sie nicht geeignet sind, nur wegen einer Quote. Und genau das ist meiner Ansicht nach hier definitiv der Fall. Denn es gibt durchaus Frauen mit der nötigen Kompetenz im Fußballbusiness, wenn auch derzeit eher als Moderatorinnen wie Kommentatorinnen. Allerdings schadet man mit so einer Leistung halt auch allen anderen weiblichen Kommentatorinnen, die tatsächlich was drauf haben oder die, die es noch werden wollen. Mir ist auch nochmal wichtig zu betonen, dass Neumann nicht nur in diesem Spiel völlig am Spiel vorbeigeredet hat, denn einen schlechten Tag hat jeder mal, das ist ja völlig klar. Aber hier liegt es halt vielmehr an grundsätzlich fehlenden Kompetenzen für die Sportart, was auch schon in anderen Spielen deutlich wurde, die Claudia Neumann kommentiert hat. Kritik ernten sowohl männliche als auch weibliche Kommentatoren und das sollte beiderseits auch erlaubt sein, ohne dass man jegliche Kritik an Fehlern ablockt, indem man alles Negative als Frauenhass abstempelt. So beschränkt und belügt man sich selbst und macht die Zukunftsaussichten von Frauen im Fußball nur noch schlechter, wenn gleich wirklicher Hass und Beleidigungen natürlich nicht akzeptabel sind und im Gegensatz zu sachlicher Kritik nicht an der Tagesordnung stehen dürfen.